Mann, warum habe ich denn jetzt schon wieder die Runde Fortnite verloren? Was zur Hölle? Warum bist du jetzt schon wach? Äh, ich hatte halt einfach Bock, eine Runde Fortnite zu spielen. Was ist Fortnite? Kann man das essen? Nein, man kann Fortnite nicht essen. Hm, aber egal. Du machst jetzt in die Schule. Och, nö. Ich habe keinen Bock, in die Schule zu gehen. Und Mann, dann gehe ich halt jetzt in die Schule. Mann. Dann laufe ich jetzt erstmal raus und gehe jetzt in die Schule. Ah, ich bin jetzt erstmal, ich bin jetzt erstmal am Lernen noch. Ich habe jetzt die ganze Nacht durchgelernen. Ich glaube, ich werde gute Noten in der Schule kriegen. Wir haben es morgen schon abends, Mann. Wir haben noch eine Stunde, bis die Schule anfängt. Was? Noch eine Stunde? Das ist ja voll viel. Ich gehe jetzt schon in die Schule. Ich gehe jetzt einfach in die Schule. Tschüss, Papa. Ach, ich freue mich schon auf den Test heute. Dann gehe ich jetzt erstmal in die nervige Schule. Ja, da ist die scheiß Frau Lehrerin. Hi, Frau Lehrerin. Hallöchen, wir schreiben heute einen Überraschungstest. Was? Ein Überraschungstest? Was? Ein Überraschungstest? Nein, ich habe noch nicht drauf gelernt. Ich bin jetzt endlich in der Schule. Wann konnten die Lehrerinnen? Ah, da kommt die Lehrerin. Ja, schon. Okay. Hallo, wir schreiben einen Überraschungstest. Was? Ein Überraschungstest? Ja, gut, dass ich zu Hause viel gelernt habe. Okay, ich habe jetzt den Test. So, dann gucke ich mir jetzt mal an. Okay, äh, keine Ahnung. Äh, ja. Okay. Cuts. Also in der 8-quadratischen Forme... In der 8-quadratischen... In der 8-quadratischen Forme richtig 15.000. 18.000. 19.000. 19.000. 19.000. 19.000. 19.000. 19.000. Dumm. Ich bin fertig mit dem Test. Ich gebe Ihnen hier Ihren Test und ich lege ihn hier auf den Taufhaufen und... Wupp. Ich habe ihn dort auf den Haufen gelegt und wie ich sehe, haben wir schon Schule aus. Deswegen, äh, ich gehe zu Hause. Wir haben Schule. Juhu. Och. Och, ne. Ein Überraschungstest. Ich mag Überraschungstest überhaupt nicht, ey. Oh, jetzt habe ich den Test bekommen. Überhaupt gar keinen Bock, ey. Oh. Okay. Okay. Ich bin fertig. Tschüss. Oh, abgeben soll es haben wir Schule aus. Tschüss. Aufendlich Schule aus. Und Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wenn ihr keinen mit uns zu. Wenn ihr euch was professionelles gemacht habt. Wenn ihr euch mal racks wollt. Und, oh. Ciao. Leute. Ciao. Ciao.